Heute habe ich nur ein ganz kurzes Video für euch und zwar ein kurzes Kanal-Update und ein kurzes Messe-Update. Ich bin natürlich auch auf der Spielemesse 2024 in Essen vor Ort. Auf die Berlin-Con dieses Jahr habe ich es leider aufgrund privater Gründe nicht geschafft. Ja, es war ziemlich viel los tatsächlich hier in den letzten Monaten. Aber jetzt in Essen geht es wieder los. Es kommen ruhigere Zeiten für mich hier. Und deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Zeit jetzt wieder, ja, Spiele zu spielen und den Kanal zu investieren und euch, ja, Spiele zu zeigen, Videos zu drehen, Videos zu schneiden. Und ja, in Essen möchte ich mir natürlich möglichst viel angucken und werde natürlich vor Ort sein. Ich freue mich, falls ihr, ja, mich trefft, falls ihr irgendwie einen kleinen Schnack halten wolltet, sprecht mich gerne an. Und ansonsten, ja, verzeiht es mir, wenn ich irgendwie mit grimmigem Gesicht an euch vorbeirenne, weil ich irgendwie im Stress bin. Ich nehme tatsächlich relativ wenig von meiner Umwelt wahr, wenn ich irgendwie auf der Messe bin und versuche irgendwie die Sachen einzusammeln. Ich möchte das möglichst, vor allen Dingen am Donnerstag, relativ effektiv gestalten und dann, ja, schon sehr viel eingesammelt haben, damit ich Freitag und Samstag ein bisschen entspannter über die Messe schlendern kann, mir Sachen angucken kann, die ich vielleicht noch nicht auf dem Zettel hatte und auch, ja, meine Termine wahrnehmen kann. Aber ja, ich freue mich über, ja, den Austausch mit euch. Vielleicht habt ihr ja so ein paar Geheimtipps, die ihr dann schon entdeckt habt. Dann, ja, können wir uns irgendwie austauschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Außerdem bin ich am Samstag, ja, nicht höchstwahrscheinlich, sondern ich bin am Samstag definitiv auch bei Meet & Play. Okay, ich kann leider nur nicht genau sagen, wann und wie lange. Ja, ich wurde natürlich auch wieder gefragt, ob ich da teilnehmen möchte. Das Meet & Play ist quasi, ja, organisiert von, ja, ich weiß gar nicht genau, ob derjenige, Entschuldigung, dass ich das nicht weiß, zum Friedhelm-März-Verlag gehört oder ob das irgendwie anderweitig organisiert ist. Auf jeden Fall haben wir da so einen Raum und da sind ganz viele Content-Creator, die dort eingeladen worden sind, einfach mit ihren, ja, Zuschauern auch zu spielen, sich zu unterhalten, sich untereinander auch auszutauschen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Da war ich letztes Jahr auch ganz kurz. Tatsächlich war da nicht so viel los. Und ja, deswegen hatte ich auch mir dieses Jahr überlegt, dass ich ja nicht irgendwie einen festen Zeitslot irgendwie angebe. Aber ich möchte euch natürlich darüber informieren. Es kann sein, wenn ihr da seid, dass ich da bin. Es kann auch sein, dass ich da nicht bin, aber ich werde auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und ansonsten schreibt mir irgendwie irgendwo ein Comment, dass ihr irgendwie da seid. Vielleicht sehe ich das und dann komme ich mal vorbei. Da muss ich mal schauen. Aber es ist Samstag auf jeden Fall. Das Meet & Play findet Samstag statt. Und ich würde eher davon ausgehen, dass ich am Nachmittag da bin, weil ich am Samstagabend schon fahre. Und dann, ja, nehme ich das quasi so ein bisschen als Ausklang, dass ich da noch ein bisschen mit euch spielen kann. Oder auch, ja, mit meiner Frau spielen kann. Oder, ja, mit einer Freundin oder auch mit meinen Content-Creator-Kollegen, bevor ich dann wieder den Antritt Richtung Hamburg antrete. Den Antritt Richtung Hamburg antrete, das hört sich irgendwie falsch an. Dann ist es wahrscheinlich auch egal. Auf jeden Fall, ja, da ich Sonntag nicht auf der Messe bin, wird das alles ein bisschen stressiger. Und, ja, ich muss mal gucken, wie ich es dann zeitlich mache. Und ansonsten, ja, ich würde mich natürlich auch über den direkten Austausch mit euch auf der Messe freuen. Also, ja, wenn ihr irgendwelche Geheimtipps habt oder einfach nur mal Hallo sagen wollt, ich freue mich über jeden, der mich anspricht. Es ist so, ich habe das, also, es passiert im letzten Jahr, ist es, glaube ich, gar nicht passiert. Ist auch okay. Hab ich, erwarte ich natürlich auch nicht mit meinem kleinen Mini-Kanal hier. Aber, ja, ich würde mich natürlich über den Austausch mit euch freuen. Und vor allen Dingen, ja, vielleicht kann man irgendwie Geheimtipps austauschen oder so. Aber, ja, verzeiht es mir auch, falls ich euch, falls ich euch nicht höre oder so. Ich bin tatsächlich besonders am Donnerstag und auch vielleicht ein bisschen am Freitag einfach in einem Tunnel, wenn ich dann die Sachen einsammle. Ich möchte das möglichst effektiv gestalten, damit ich nicht immer, ja, stundenlang hin und her rennen muss. Ich habe natürlich auch ein paar Termine, die ich wahrnehme bei Verlagen, um mir ein paar Spiele vorstellen zu lassen und dann zu gucken, ob ich sie mitnehme oder nicht, ob sie interessant für euch sein könnten oder nicht. Ja, da, ja, wird ein bisschen Hektik herrschen auf jeden Fall. Ja, das zur Messe. Ansonsten, kurz Kanal-Update. Ich wurde ab und zu mal gefragt, wie das denn eigentlich ist in Zukunft mit vielleicht so Monetarisierung. Mache ich irgendwie YouTube-Mitgliedschaft oder Patreon oder was es da alles gibt. Tatsächlich habe ich mich da in diesem Jahr noch gar nicht so mit beschäftigt. Ich hatte vor einem Jahr schon mal was vorbereitet und war kurz davor, das zu starten, dass ihr den Kanal halt auch anderweitig unterstützen könnt und dann für ein paar mehr Goodies bekommen, wie irgendwie ein Spielewochenende, was man irgendwie veranstalten könnte oder ein Online-Treff oder eine WhatsApp-Gruppe oder, oder, oder. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, auch die Community ein bisschen näher zusammenrücken zu lassen. Hier bei auf Boardgame Panther. Dieses Jahr war es einfach tatsächlich nicht möglich aufgrund von Umzug, Heirat, ja, die Tochter, die jetzt heranwächst. Ja, es war alles unfassbar voll. Ich habe es ja auch nicht zur BerlinCon geschafft. Ich habe es eigentlich nirgendwo zu keinem Event geschafft, auf das ich eigentlich hin wollte. Aber jetzt herrscht langsam Ruhe, es kehrt Ruhe ein. Ich bin hier ja in meinem neuen Studio, in meinem neuen Zimmer angelangt. Das Ding wird sich auf jeden Fall auch noch verändern. Ich habe es jetzt erst mal so halb aufgebaut wie in dem alten, aber ja, ich habe ein viel größeres Zimmer. Ich habe eine, ja, eine größere Wand hinter mir zur Verfügung, mit der ich ein bisschen was machen möchte. Soll natürlich nicht so unruhig werden, aber das kommt auf jeden Fall. Weil irgendwie würde es sich im Laufe der Zeit verändern. Vor meinem Setup möchte ich auch gerne noch ein bisschen was verändern. Und ja, das so ein bisschen zum Kanal-Update. Das heißt, ja, vielleicht überlege ich mir in den nächsten Monaten irgendwie was in Richtung Mitgliedschaft zu starten. Patreon weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, wie es läuft oder ja, wie viel Zeit ich dafür habe. Aber das steht auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Und steht, dass ich die Zeit verwende, euch Spiele zu zeigen und Spiele zu spielen. Und alles nebenher ist halt Prio 2. Ich meine, wegen des Geldes macht man das Ding hier eh nicht. Es ist halt nett, wenn man wächst und ja, ein bisschen, ja, auch in der Community ein bisschen bekannter ist und so. Da würde ich mich natürlich drüber freuen. Auch, ja, ich möchte natürlich irgendwie, dass möglichst viele Leute den Kanal gucken. Und ja, ich relevante Dinge erzählen kann über Spiele. Und sich, ja, Leute dann auch vielleicht einfach meinen Kanal angucken, um sich speziell über Spiele zu informieren. Ja, das ist so mein Ziel. Und wenn man dann den einen oder anderen Euro als Unterstützung noch mitnehmen kann, den man dann zu 100 Prozent, und das würde ich ja zu 100 Prozent machen, das in den Kanal zu investieren, um ja irgendwie eine neue Stange hier drüber oder neues Licht oder neues Mikro oder was mir anzuschaffen. Dann wäre das natürlich cool, aber ja, hat auf jeden Fall keine Super-Prio, muss ich sagen. Ja, das wollte ich nur ganz kurz loswerden. Also vielleicht sehen wir uns auf der Spiel, vielleicht auch nicht oder auf einem anderen Event. Dann nächstes Jahr auf jeden Fall auf der Berlin-Con. Ich muss es schaffen nächstes Jahr. Das geht nicht, dass ich jetzt schon zwei Jahre in Folge nicht da war. Das ist schon ziemlich bitter, muss ich sagen. Ja, die Spielwarenmesser in Nürnberg würde ich natürlich auch irgendwie gerne mal, war ich auch noch nie. Ja, müssen wir schauen. Und ansonsten, ja, würde ich mich natürlich über eure Unterstützung freuen an dieser Stelle nochmal. Also ihr könnt mich auch nicht monetär unterstützen, indem ihr einfach meine Videos kommentiert, Videos kommentiert, Videos liked, mir Daumen hoch gebt, Feedback insgesamt einfach gebt. Das ist einfach sehr hilfreich für mich. Und ja, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut auch gerne noch ein weiteres Video. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Schaut einmal hier ein gespielt Video und hier noch ein gespielt Video. Da mache ich auch viele Videos von. Ich hoffe, sie gefallen euch. Und ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich, ciao, ciao.